Und jetzt, voll SDS geschrieben von Gerd Steinbecker, Irgendwann bleib' ich dann durch. Der letzte Sommer war sehr schön, ich bin in irgendeiner Bucht gelb. Die Sonne wirft Feier auf der Haut, du riechst das Wasser und nix ist laut. Irgendwo in Griechenland, jede Menge weißer Sand, auf mein Rücken nur die Hand. Nach zwei, drei Wochen hab ich's gespürt, ich hab das Lebensgefühl dort inhaliert. Die Gedanken tragen sich um, was zu Hause wichtig war, ist jetzt ganz dumm. Du sitzt bei einer Olivenbahn und du spürst ihn mit einem Stamm, es ist so anders als daheim. Und irgendwann bleib' ich dann durch, soll es liegen und stehen, geh von daheim für immer vor. Darauf geb' ich dir mal Wort, wieviel ich auch noch vergeben, irgendwann bleib' ich dann durch. In unserer Hektomatik-Welt dreht sich alles nur um Macht und Geld. Finanz und Banken steig' mir drauf, die Rechnung, die geht sowieso nie auf. Und irgendwann fragst du dich, wieso, quäl' ich mich da so schrecklich an und bin nicht längst schon weiß Gott wo. Und irgendwann bleib' ich dich, wieso, quäl' ich mich da so schrecklich an und bin nicht längst schon weiß. Aber noch ist's nicht so weit, noch was zu tun, wieviel die Heitlkeit. Doch bevor der Herz empfangt, mich mit 60 in die Windeln brackt, lieg' ich schon irgendwo am Strand, ein Baudelrotwein in der Hand und steck' die Füße in weißen Sand. Und irgendwann bleib' ich dann durch, soll es liegen und stehen, geh von daheim für immer vor. Und irgendwann bleib' ich dann durch, soll es liegen und stehen, geh von daheim für immer vor. Darauf gib' ich dir mein Wort, wieviel Jahre auch noch vergehen, irgendwann bleib' ich dann durch. Gerd Steinbecker, bedanke mich für den Besuch, lieber Gerd, bedanke mich für den Besuch. Bernadette Herrwagen war bei uns, Carlo Matzko, Dankeschön. Ich bedanke mich bei der Ringesteller Band, bedanke mich bei Ihnen und Euch fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir auch wieder da, kommt zu uns ein Kollege aus Österreich, nämlich Thomas Stipsitz und Tim Benzko. Jetzt geht's hier weiter in BR Fernsehen mit Capriccio, ein Beitrag unter anderem über den Allgäuer Rapper Gleister. Dankeschön, denken Sie abschließend immer dran, meine Damen und Herren, Bayern wird nicht untergehen und wenn doch, erfahren Sie es hier als erstes. Servus, ciao, viele Schau.